Der 89.0 RTL Sektor im Februar 2019. Von Magdeburg bis Hannover sind die Menschen verwirrt. Sie wissen einfach nicht, wie sie auf 18 Grad im Winter reagieren sollen. Das fängt schon bei der Kleidung an. Viele im Sektor schieben Luft, wo normalerweise Schnee liegt. Der Biorhythmus gerät zusehends aus dem Gleichgewicht. Die Menschen bestellen heiße Cola. Kratzen Sonne von der Windschutzscheibe und grillen ihre Eiskugeln. 89.0 RTL warnt. Das ist der Februar 2019 im Sektor. Verlieren Sie nicht den Verstand.